Die vierte und letzte Grundrechenart, die du draufhaben solltest, ist die Division. Die Objekte der Division heißen Dividend und Divisor. Und das Operationszeichen, das zwischen diesen beiden Objekten steht, das ist das Geteilt-Durch-Zeichen. Man spricht Dividend geteilt durch Divisor, ist gleich Quotient. Dieses Ergebnis, das hier hinten bei rauskommt, dieser Quotient, der gibt immer ein Verhältnis an, in dem diese beiden Objekte zueinander stehen. Genau genommen gibt dieser Quotient an, wie oft der Divisor im Dividenden drin steckt. Beispiel, 8 geteilt durch 2. Wie oft steckt die 2 in der 8 drin? 2 plus 2 plus 2 plus 2, ah, 4 mal. Moment, 4 mal, 4 mal 2 gleich 8, das ist doch eine Multiplikation. Ja genau, die Multiplikation ist genau das Gegenteil zur Division. Genauso wie auch die Addition genau das Gegenteil von der Subtraktion ist. Interessant. Aber eine Sache stört mich noch, und zwar dieses Divisionszeichen hier. Das findet man übrigens auch auf dem Taschenrechner. So einen Doppelpunkt mit einem Strich dazwischen. Aber hier habe ich nur einen Doppelpunkt geschrieben. Das ist die Schreibweise aus der Grundschule. Und eines kann ich dir jetzt schon verraten. Sobald du die Erlaubnis von deinem Lehrer hast, schreib bitte niemals wieder diesen Doppelpunkt. Denn das ist irreführend und verwirrt einfach nur. Später macht das sowieso keiner mehr. Besser wäre, wenn du diesen Strich dort schreibst. Man kann nämlich 8 geteilt durch 2 auch schreiben als 8 geteilt durch 2. Und dafür stehen die beiden Punkte. Das sind Platzhalter für den Dividenden und den Divisor. Der Dividend, der kommt nach oben. Und der Divisor, der kommt nach unten. Und spätestens, wenn du diese Bruchschreibweise hier kennenlernst, dann wirst du diesen Dividenden ab sofort nur noch Zähler nennen. Und diesen Divisor hier, den wirst du immer nur Nenner nennen. Also Zähler geteilt durch Nenner. Ich schreibe es dir nochmal hin. Zähler geteilt durch Nenner. Aber es ist richtig. Der Zähler ist immer der Dividend bei der Divisionsaufgabe. Und der Nenner ist immer der Divisor. Und es gilt immer noch, das Ergebnis, das rauskommt, das ist der Quotient. Das Schöne ist, dass man aber auch andere Zahlen durcheinander teilen kann, die jetzt nicht so perfekt ineinander übergehen. Sagen wir zum Beispiel, du hast 4 Pizzastücken und 3 Leute. Wie teilst du das jetzt gerecht auf? Naja, jeder kriegt erstmal ein Pizzastück. Und das letzte verbleibende Pizzastück muss noch auf diese 3 aufgeteilt werden. Man könnte es jeweils dritteln. Ah, dritteln. Man merkt schon, das ist irgendeine gebrochene Zahl. Das ist nicht 1, nicht 2, sondern irgendwas dazwischen. Wenn wir 4 Pizzastücken durch 3 Personen teilen, dann kriegt jeder ein Pizzastück. Und dann kriegt jeder nochmal, wenn wir dieses eine Stück dritteln. Also jeder nochmal ein Drittel. Und das hier lässt sich eben nicht mehr wunderschön in ganzen Zahlen ausdrücken. Das hier ist so eine gebrochene Zahl. Man nennt sie auch eine rationale Zahl. Und das Schöne ist, dass dank dieses Bruchstrichs hier das Ganze eben so stehen gelassen werden kann. Eine 4 Drittel ist perfekt, so wie sie ist. Ich weiß, dass viele sich damit nicht wohlfühlen, aber glaub mir, solche Brüche sind unglaublich schön. Du könntest allerdings das Ganze auch noch umformen. Du könntest das Ganze in so ein Pizzastück und dann jeder noch ein Drittel. Das ist aber auch eine Schreibweise, die nicht so schön ist. Also die lernt man vielleicht noch in der Schule. Aber an deiner Stelle würde ich mir das für die Zukunft direkt wieder abgeföhnen. Macht keiner mehr. Ist auch sehr irreführend und kann sogar dir als falsch angerechnet werden. Besser wäre das Ganze vielleicht noch als Dezimalzahl zu schreiben. 1,3333, also Periode. Ja, wir haben unendlich viele Dreien. Aber das ist auch ein anderes Thema, wie man Brüche in Dezimalzahlen schreiben kann, beziehungsweise Dezimalzahlen wieder zurück in Brüche. Das ist ein Thema, was wir uns später noch anschauen. Aber damit hast du erst einmal eine grobe Übersicht über die wichtigsten Grundrechenarten, die es gibt. Viel Spaß damit. Hey, ich hoffe, das Video hat dir gerade gefallen. Wenn du dich zufällig demnächst auf eine Matheprüfung vorbereiten musst, dann schau unbedingt mal unter diesem Video nach. Ich habe dort mehrere Online-Kurse von mir zur Klausurvorbereitung verlinkt, mit denen schon mittlerweile über 3000 Studenten ihre Prüfungen bestanden haben. Wenn dir das Video weitergeholfen hat oder du möchtest, dass in Zukunft weitere Content erscheint, dann erzähl einfach deinen Kommilitonen, deinen Freunden und deiner Familie von mir und abonnier den Kanal. Danke dir.